freunde die beste fähigkeit im baldur skate 3 ist nicht etwa ein starker zauber ein krasser angriff oder ein heftiger schwerthieb sondern viel einfacher und diese fähigkeit kann wirklich jeder nutzen das gerne ein däufchen hoch oder auch ein abo da und ich zeige euch heute genau was das ist es ist nämlich ganz einfach diese fähigkeit hat jeder nämlich stoßen ihr könnt nämlich gegner von einer klippe stoßen und das macht unheimlich viel schaden macht den gegner auch noch benommen und ist wirklich eine sehr coole sache gerade der paladin krieger oder auch andere leute mit viel stärke können gegner eben sehr weit schubsen und teilweise auch in den abgrund schubsen wo sie dann ebenso fort sterben oder ihr schubs leute runter und bekommt dadurch eben einen höhenvorteil und schubsen ist wirklich das coolste was es überhaupt gibt solltet ihr unbedingt bei eurem kampf mit aufnehmen und bedenken denn schubsen beziehungsweise runter stoßen ist auf jeden fall etwas was ziemlich stark ist gerade wenn ihr irgendwo an einem abgrund steht wenn der gegner dort steht versucht so ein bisschen hinter den zu kommen also erst mal um ihn so ein bisschen herum zu laufen und ihn dann eben herunter zu schubsen dann gehen wir einfach hinter ihnen hin und neben daneben schubsen oder stoßen wie es heißt und versuchen den dann runter zu schubsen das macht nicht nur ordentlich viel schaden sondern macht den gegner meistens auch benommen er bleibt dann am boden liegen und vor allem habt ihr den höhenvorteil für euch hier in dem fall ist jetzt sogar die leiter kaputt gegangen er kann also gar nicht mehr hochkommen muss also den ganzen weg erstmal außen rum laufen ja und dieser fall schaden ist einfach extrem gut das merken wir auch in verschiedenen höhlen wenn wir halt in einem hohen ground sind und quasi der gegner ziemlich tief fallen kann macht das umso mehr schaden hier sehen wir das zum beispiel noch mal bei der spinnenkönigin die auf ihren spinnen netzen rum läuft und wenn wir ihr diesen fall schaden verpassen also quasi das spinnen netz kaputt machen in dem sie läuft bekommt sie hier schon 35 schaden was wirklich übertrieben gut ist und außerdem ist die spinne jetzt auch noch liegend das heißt das ist wirklich eine sehr krasse mechanik die euch eben hilft die gegner leichter platt zu machen und wir unbedingt für euch nutzen solltet wenn ihr also an der klippe steht immer mal versuchen die gegner runter zu schubsen das macht ordentlich viel schaden und je tiefer sie fallen desto höher ist natürlich der schaden und das könnt ihr mit allen gegner machen die nicht zu groß sind und wie gesagt spieler mit einer hohen stärke also gerade paladin krieger oder papa die können natürlich am besten schubsen denn die machen entsprechend ja auch hohen schaden beim schützen und können vor allem auch weit schubsen und wenn ihr die gegner außerhalb vom spielfeld runter schubs ist er eben direkt tot das was man noch dabei beachten muss ist einfach dass ihr den Loot nicht bekommt von dem gegner wenn er direkt aus dem spielfeld geschubst wird aber das ist schon ziemlich stark solltet ihr also nicht machen wenn es irgendwie ein krasser boss ist der nur noch wenig lebenskraft habt dann solltet ihr natürlich auch darauf achten dass ihr sein lud noch holt ja freunde so viel dazu zum stoßen und schubsen was auch noch eine geile sache ist es werfen also also irgendwelche gegenstände auf die gegner werfen je schwerer die sind desto mehr schaden gibt das also wenn ihr also eine schwere rüstung oder eine schwere kiste oder eine truhe dabei hat versucht die mal auf den gegner zu werfen und ihr werdet überrascht sein wie viel schaden das gerade am anfang macht ist wirklich richtig stark und er probiert das unbedingt mal aus beim kämpfen und verschafft euch so einen vorteil ja freunde sehen wir uns beim nächsten video viele guides zu baldos gate 3 findet ihr natürlich im kanal klickt euch da gerne mal rein däumchen hoch und aber nicht vergessen wenn euch dieses video gefallen hat und bis zum nächsten mal macht's gut adios und ciao